Jo, hi, zurück zu GTA. Wir sitzen hier vor dem Juwelier und wollen auch jedes eine Muscle-Car zocken. Hier steht's mit. Für die, die es interessiert, auf der Karte ist das ja wie besprochen, da wo wir es gezeigt haben, hier. Okay, wir bringen es mal weg. Okay, das ist dann das zweite. Ein drittes brauchen wir noch. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt, wo das sein könnte. Aber das finden wir auch noch aus. Ja, wie gesagt, ich habe leider für den Final Coup, wollte ich ja gerne erst mit dem Bohrer machen. Okay, habe es aber dann falsch entschieden, weil ich es nicht gerafft habe. Jetzt klauen wir ein paar Autos und bereiten es so vor. Mal gucken. Wie das läuft. Miep, miep. Okay, hier wieder zur Werkstatt fahren. Bisschen aufmotzen. Oh, shit. Hier rein. Sorry. Ah, mach auf. Okay. So, ready. So, jetzt auch in die Garage bringen. Steint so, ne? So, da ist die Garage Ja, hallo Hallo, ich will hear Ryan Okay, das war Nummer 2 Jetzt gucken wir mal wo Nummer 3 ist Ja Okay Wahrscheinlich ruft er wieder an beim Lester Warte, was waren die da? Okay Okay gut, aber nichtsdestotrotz wir gucken trotzdem nochmal jetzt hier rein Weil ich hatte mir jetzt noch nicht angeguckt wo das dritte Auto steht Das war das Erste Hier ist das Zweite Jetzt das Dritte Mission Row Templar Hotel Legion Square Wow, keine Ahnung wo das sein könnte Templar Hotel Legion Square Ja Naja, blöd war jetzt eigentlich wieder das Ding zuzumachen, weil besser ist Jetzt mal guckt sich das nochmal an Templar Hotel Warte mal Kann ich irgendwie Hotels durchflippern? Ne ne Templar Hotel Legion Square Naja So, die sind nochmal ausgerichtet nach Norden die Dinger Wie sah das aus? So Okay, ist das irgendwo hier da oben? Hier? Hier ne? Ich hab jetzt nicht mehr Äh, weiß nicht mehr Bla bla Das da Ich weiß aber jetzt nicht mehr wo das genau war Lassen wir mal eben gucken Aha Da in der Straße Ja, das passt ne? Ja, das passt sogar, super Okay Da wollen wir hin Auto Wo war das letzte Mal? Hier stand doch ganz gut da rum, ne? Am letzten Mal zumindest Tja Oder war's der andere Parkplatz? Hallo? Da hinten waren die Okay, ich war schon ein Stückchen gefahren Ah, da sind zumindest welche Immer mit der Faust, ey Ah What the hell? Okay Ah, Travers Musik, ne? Ah Okay Da passe ich durch. Ja. So, allzu weit ist nicht mehr, nächste Ecke, oder? Ja, quasi. Ich glaube, du bist mein Auto, ne? Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, so ganz so weit ist es nicht diesmal, sehr gut Steht hier denn rum, alter Komm, schön reinfahren All cleaned up Okay fertig, eben noch in die Garage Oh, Taxi habe ich nicht gesehen Sorry, was ist mit den Bussen hier los? Ach komm, ja Glaub nicht Freut sich der Lester Mit mir habe ich keinen Bus nach Hause fahren Okay, Stingers, wer holt die? Hey, also Sorry, da muss ich ruhig auf Knuff We're keeping it very real We're still here on Chimilax We are rebelling hard against theme parks And car parks And developing the natural parks And all the other shit we specialize in down here in the world capital of Plastic Minewood USA We've dedicated our lives to the pursuit of truth And what have we learned Punk rock ain't always true And finally it ain't always bad Sometimes you want nothing I've taught me through some real spiritual crises in the past I called in once before And you told me to stop acting like a little kid and grow up Yeah And did you friend? I sure did I left my mom's house that day And without to act like an adult You're a real bitch You'll know how to speak English If you lack it here so much Well, that's where I'm at your Chinese and French They're a fucking bitch Oh, Jesus So, hier rau Oh, kacke Man muss sich echt Kopf-Karren klauen, oder was? Upsi Ah, ich dachte sogar reinfahren Sehr freundlich Das wäre bestimmt nicht so einfach, wie es sich anhört, oder? Da hinten durchgehen, einfach rausfahren, oder was? Das glaube ich aber nicht Hm, so einfach geht das nicht Ha Scheinbar doch Alter, da steht doch einer Ist denn nur hinten ran, oder muss ich das Auto klauen? Das Auto klauen, ne? Ist das ein Arthouse, Turkey? Are you kidding me? Der Trailer war heiß Ich würde sagen, dass es um 20 Mill öffnet, wenn es weit war Aber wenn wir einen Fusser Hat der nicht aufgepasst, oder war ich so clever? Oh, der fährt aber sehr langsam Oh, man, was steht denn der da rum? Jetzt habe ich da doch glatt eine Schramme in das schöne Auto reingefahren Shit Hä? Alter, wo wollt ihr das denn hingestellt haben? Okay Ah, da steht mein Auto, sehr gut Achso, hier bin ich Da brauche ich ja nicht weit fahren Boom, schon da Hi Leute, ihr habt nur auf mich gewartet Hoffentlich bin ich da nicht schon Ja Ja Alles klar So, hier hinten im Büro, ne? Denke ich mal Okay Ich wechsle mal Ach, Mikel Oh Mann, Alter Okay Wir sind aufgeregt Gut, haben wir irgendwas vor, außer total aufgeregt zu sein? Na, ich gehe mal kurz raus Oh, ich wollte natürlich die Treppe runter Sorry Es ist einfach nur eine Persona online Es war eine Satire oder Parodie oder etwas Ich habe es nicht gesagt Jim Du hast mich auf Bannham Canyon in dieser Charcoal-Color-Landstalker Um mich zu verabschieden, um mich zu trollingen? Wenn nur jemand mich zu retten Wenn nur jemand mich zu retten Stalte ihn, Junge Ich werde bald sein Ich bin da Du weißt, du bist wirklich lustig und interessanter Mann Ich meine, jede Frage ist gute Frage, oder? Oh Mann, ey, Jimmy Was hat der schon wieder für eine Scheiße gebaut? Äh, habe ich ein Auto in der Garage? Hoffentlich ausnahmsweise mal Ich habe da immer alles Freundliche abgestellt Ihr Schweine Geh mal hier raus Boom So Dürfte ich um ein Auto bitten Dahinten steht eins Das ist auch okay, glaube ich Naja, okay Ah, es ist mein Auto Okay, warum steht das nicht in der Garage? Was ist denn los? So, jetzt muss ich den Jimmy nochmal wieder abholen Ey, so ein Mist Oh, sorry Falsch abgebogen Einfach mal Falsch abgebogen Meine schönen Felgen So, wo ist der Vogel denn? Hey, eyes front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us And if there was, he would just be there to warn you He would definitely not kill you Definitely would not kill you Shut up, troll You gave up your right to free speech When you insulted a celebrity on the internet It was a couple of comments Some colorful language Uh, it was harassment You're the comedy writer Colorful language I blocked you You started another account I blocked you again You started another But what you didn't count on Is me having the money And the resources To trace your IP I count on you having better things to do Well, I don't I'm lonely I'm lonely Social media is my life It's given me the recognition I've been denied my whole life I can make snarky comments And good pronouncements And lap up the adulation Vanishing any form of descent I'm a king Oh, where is the angel going to go to my kingdom? Ok, um That's pretty sad Don't lose sleep over it When I'm done The only bleeding you'll be doing Is actually like bleeding Cause then you'll be in pain Me he 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 So, here over there Like that Yeah, and then the Elam Ok So, there's a lot of difficulties Again, trolled Boom Mach mal Platz hier Man So Töte die Tür nicht Okay Okay Who is that animal? That's my dad, you a-hole Oh, he's gonna fuck you up properly Oh, really? How big's his herd, huh? The size of your herd Don't matter when you're a total badass psycho You dick Daddy's boy You can have your idiot son So, come raus, Junge Okay, come Nehmen wir die Karte Thank you Shit Fuck, man You think Do you think it's over? Yeah, yeah, yeah He's gone Are you sure? Cause The dude holds like a grudge And I'm like his nemesis I wouldn't go that far Look He thought you were a fat little nobody Now he thinks you're a fat little nobody With a badass for a dad He'll stay alright But But I'm like his troll, Pop Ach, dass man sich immer um den kümmern muss Oh No Call me an idiot But a troll Jim What's a troll? Like a joker on the internet What sort of jokes? Sort of mean What the fuck? Mean jokes Like what? Like someone post something And you're all like That sucks You suck Dick Look out So jokes that aren't funny No You don't get it Cause humor comes with repetition Like You say it once Big deal Then you say it again And again And again And again Okay Like the other day He posted a picture of his newborn And I'm all like Damn son That right there is one Ugly ass Motherfucker of a baby And I'm all like My balls are prettier than that baby And then I send him a picture of my balls I've seen roadkill prettier than that baby What the hell is wrong with your baby? And he's all like Actually There's a problem with its chromosomes or something And it's Watch it Yeah It's actually a miracle that survived birth And I'm all like It's actually a miracle I survived seeing a picture of his own Enough All right He Fucking enough I get it Maybe that one was a little OTT But it's generally really good times Yeah Good times Great times The fucking fun you have All right The troll can come out of his cage Screw you Sticky back here Smells funny Maybe that'll teach you to white people up on the internet Now get out of here Okay Ari Can we weiterfahren? Okay Wir wollten eigentlich Zu Lästern Hier Oh Sind wir weit weg Shitty shit Okay Haben wir ein cooleres Auto So wie das Da vielleicht Ich hab da mal ne Frage Dürfte ich wohl mal Ja Auto haben Ja what the fuck Hören wir die Das hör ich nicht so gerne Ah jetzt bin ich seinetwegen da auch noch gegen geknattert So Das wird auch nicht schneller Müssen wir lang Erstmal hier Hauptstraße Woa 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 Wow Das lief Cool Ich muss hier rum ne Ja Komm ich muss auch hier rum Und Highway Boom Ah Ne hier Ist auch gut Glück gehabt Alter man Ich muss denn ne Musik noch haben So Hier ist doch unser Ähm Da drüben So dachte ich Ne der Club ist um die Ecke Ne Und mal einmal rumfahren Hier we are Da Hallo Ja Äh wie geht das Ähm Mit X Nein Ähm Wenn ich wüsste wie ich's wegtue Ähm Nein so auch nicht Ähm Vielleicht einfach So So Amanda Ich bin im Vanilla Unicorn All right Hurry up Get changed All right This is the biggest day Of your sorry little life Hey man So we really doing this shit All right Come on Next door Ah Our network hacker Don't be fooled By the CRT And the fax machine The hardware here Is state of the art Cool Hey Where's the rest of the crew Outside Hey good luck homies I see y'all at mission row All right Oh we'll see you there With approximately 8 tons of gold 4 tons Not 8 All right people Let's go Get in the car baby We are about to make history Come on we're on the clock Let's get down now Das dicke Ding drehen wir aber erst beim nächsten mal Also Bis denn Et ciao Bis denn 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 Vielen Dank.